Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über mein erstes virales Video, auch wenn es leider nicht wirklich meines ist, wie man ein bisschen den YouTube-Algorithmus vielleicht auch auswerten kann und natürlich erzähle ich euch dann, was ich als dritte Spende in der dritten Woche meiner Aktion für die Flutopferhilfe überwiesen habe. Ja, ich denke mal bei einem Video, das innerhalb von ein paar Tagen über 100.000 Views hat und inzwischen bei fast 190.000 ist, kann man durchaus ein Stück weit von einem viralen Video sprechen. Natürlich hängt das mit der Reichweite von Herrn Wipperfürth zusammen, dessen Material ich für dieses Video verwendet habe. Ein Stück weit hängt es aber vielleicht auch zusammen, wie ich es vorbereitet, wie ich es eingeleitet habe und das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz vorstellen. Es gibt ja ganz viele, die die Videos von Herrn Wipperfürth einfach hochladen, und dann gucken die Leute die an, weil sie halt wissen, dass sie von Herrn Wipperfürth sind. Ich mag das nicht, also ich mache lieber auch noch so ein paar einleitende Bemerkungen dazu, gerade Sachen, die so nicht aus den Videos wirklich hervorgehen und ich versuche auch eigene Thumbnails zu machen. Und bei dem war das jetzt eigentlich ja relativ einfach. Ich hatte nach Videomaterial bei ihm geschaut, das sich eignen würde, um auch durchaus eine Geschichte zu erzählen. Und da kam natürlich die Geschichte mit dem Schreitbagger, die dann hinterher aufhören mussten zu arbeiten, kam dann wunderbar in diesen Plan hinein. Denn es ist natürlich wichtig, dass man auch irgendwie die Attraktivität von so einem Video darstellt. Und ja, Katastrophe, Schreitbagger und böse Behörden, das ist natürlich was, was viele Leute triggert, das muss man so sagen. Ich wollte es allerdings auch vermeiden, jetzt irgendeinen Clickbait zu machen, nur um möglichst viele Views zu kriegen. Aber den Thumbnail, ich blende euch das am besten auch nochmal ein, der entspricht halt auch dem Inhalt. Sie sind mit dem Schreitbagger in der Ahr unterwegs und sie wurden von Behörden aufgehalten. Clickbait, um das vielleicht auch nochmal zu definieren, jedenfalls so wie ich das definiere, es gibt glaube ich gar keine offizielle Definition, ist, wenn euch ein Thumbnail oder ein Titel irgendwas verspricht, was im Video gar nicht vorkommt. Das kam im Video vor, sowohl der Schreitbagger als auch die Behörden und zum Schluss des Videos ja auch, wie die beiden das dann Aufnahmen, der Herr Markus Sintl und der Herr Markus Wipper führt. Von daher war das alles soweit in Ordnung. Und damit habe ich dann offensichtlicherweise auch den YouTube-Algorithmus triggern können. Ich habe mir jetzt gerade mal die Daten von jetzt gezogen. Das Video wurde zweieinhalb Millionen Mal vorgeschlagen. Das sind diese kleinen Thumbnails, die ihr angezeigt bekommt, wenn ihr so durchscrollt. Und es hatte eine Klickrate von 4,6 Prozent. Das ist bei mir so relativ normal, so um die 5 Prozent habe ich meistens als Klickrate. Was dann jetzt aktuell, wir haben jetzt Freitag, vorletzten Mittwoch habe ich es hochgeladen, also nach 10 Tagen 190.000 Views brachte. Und bis zum Abrechnungszeitraum, ihr wisst, ich mache immer Mittwoch bis Dienstag, waren es knapp 400 Euro, die allein dieses Video gebracht hat. Das schon mal als Teaser. Also die Summe heute, die lohnt sich definitiv. Ganz spannend war dann, dass auch noch ein zweites Video mit dem Schreitbagger kam, beziehungsweise dass ich ein zweites machen konnte aus mehreren Videos von Herrn Wipperführt, die dann auch, Moment, ich wechsle mal den Zettel, 1,8 Millionen Mal vorgeschlagen wurden, aber eine viel, viel geringere Klickrate hatte, nämlich nur 2,8 Prozent. Obwohl ich eigentlich den Thumbnail super gut fand. Und Fisch in Gefahr, Bagger in der Ahr, eigentlich, na gut, vielleicht war es auch zu witzig für das Thema, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da die Klickrate, ja, eigentlich eher mau gewesen. Waren jetzt auch 75.000 Views bis jetzt, also da kann man durchaus mit leben. Auch dieses Video brachte einiges an Geld. Und jetzt dachte ich eigentlich so langsam, ich hätte den YouTube-Algorithmus so halbwegs verstanden und nö, habe ich offensichtlicherweise immer noch nicht. Das Video, das ich jetzt noch kurz vorstelle, ist noch nicht in dieser Abrechnung drin, das kommt nächste Woche mit rein. Das ist meine, ja, Beschwerde, mein offener Brief an das ZDF, wo eigentlich auch die ganzen Triggerwörter drin sind, die normalerweise momentan den YouTube-Algorithmus triggern. Es kann natürlich auch sein, dass die inzwischen auf Flut nicht mehr wirklich reagieren. Aber da habe ich eine relativ hohe Klickrate. Bei dem Video habe ich eine Klickrate von 10%. Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der YouTube-Algorithmus, oh, das Video wird viel geklickt, dann schlage ich es halt einfach auch mehr Leuten vor. Und das war definitiv nicht der Fall. Mal gerade 7.800 Impressionen, das ist sehr wenig. Das muss man ganz klar so sagen. Also, ich blicke den Algorithmus noch immer nicht durch. Ich freue mich über dieses eine virale Video, da es halt eine recht hohe Spendensumme generiert hat. Aber irgendwie schaffe ich es immer noch nicht, den bewusst zu triggern. Ich dachte, ich hätte jetzt herausgefunden, wie es geht. Das ist dann offensichtlicherweise doch etwas komplizierter als gedacht. So, und jetzt natürlich die große Frage, was hat jetzt die zweite, dritte Woche meiner Spendenaktion gebracht? Also nur diese eine Woche. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe 722,95 Euro an das Spendenkonto der Kreissparkkasse Aweiler überwiesen. Das ist ein richtiger Hammer. Das finde ich richtig klasse. Auch wenn es natürlich ein Stück weit wehtut, dass das überwiegend nicht aufgrund meines eigenen Materials, sondern aufgrund des Materials von Herrn Wipperführt war. Aber für den guten Zweck kann ich damit durchaus leben. Mit den zweimal 100 Euro, die ich ja vorher schon überwiesen hatte, bin ich jetzt also bei 922,95 Euro an Spendensumme für die Fluthopfer an der Ahr. Und ich denke, das ist schon mal auch durchaus eine ganz nette Summe. Die Videos werden weitergeschaut. Nächste Woche geht es weiter. Ich überlege auch gerade, ich werde höchstwahrscheinlich Sonntag selber mal an die Ahr fahren. Ich muss nur sehen, ich will nicht als Katastrophentourister unterwegs sein. Ich werde wahrscheinlich eher versuchen, so an touristische Hotspots, frühere Hotspots an Bergen, Aussichtspunkte aufzusuchen, um einfach auch noch ein bisschen größer das Bild zu zeigen, die Verwüstung zu zeigen. Da habe ich schon ein paar Ideen, ein bisschen kenne ich mich da oben ja zum Glück aus. Also das ist für Sonntag geplant. Natürlich, um meine Stammzuseher jetzt auch nicht zu sehr zu verschrecken, es kommen auch wieder Auto-Videos, das verspreche ich euch. Nur momentan liegt die Priorität leicht anders. Ich werde aber auch ins Krisengebiet mit dem e-tron fahren. Dann könnt ihr mal gucken, wie der sich bewährt, weil Ladestationen gibt es da unten überhaupt keine mehr. Aber da berichte ich euch dann, wenn es soweit ist. Euer Stefan Netz